Hallo, ich habe jetzt in meinem jetzigen aktuellen Video mal versucht, so ein bisschen mit der Kamera zu üben und ich habe gemerkt, das ist schon vom ganzen Handling her ein bisschen ungewohnt. Es sind jetzt einfach mal ein paar Fahrszenen, die ich versucht habe, so ein bisschen mit der Kamera zu spielen, aber ich habe schon gemerkt, da muss man noch ein bisschen üben, bis man noch ein bisschen reinkommt, dass man es so aufnimmt, wie man es gerne haben möchte. Es ist nicht alles so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber man muss da einfach ein bisschen reinkommen ins Gefühl für die Kamera. Ich hoffe, es ist trotzdem ganz nett anzuschauen. Ich habe immer gemacht, mit der Kamera zu machen. Ich habe immer bist der Kamera. Ich habe immer wieder daraufhySel in der Kamera, die Kamera zu sehen ist, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.